Das war unser lieber Kevin mit der PlayStation 4, die ab morgen im Handel sein wird. Ob er sie dann wirklich geklaut hat oder nicht, könnt ihr auf joyce.de nochmal alles in Ruhe nachgucken. Jetzt sind wir hier wieder zurück in der Apokalyptiker Küche mit den vier Jungs auch hier schon hinter mir. Ihr habt gewählt, ihr hattet die Wahl zwischen sechs Songs. Sie werden jetzt den Song Grace hier singen, performen und danach kommt Nothing Else Matters und ich werde mitsingen. Für alle, die den Wagner Reloaded, der Clip von vorhin gut gefallen hat, den Ton dazu gibt es hier drauf. Seit dem 20. November im Handel erhältlich, Wagner Reloaded. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Apokalyptiker und Grace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.